auf auf geht's im next round ja greifen wir schon mal daneben fängt schon mal gut an you are stupid ja wer ist you are stupid ich oder du richtig stupid aber hier gegen die hier gegen hier ja obwohl ich glaube zu der zeit als tukey entworfen wurde war also war glaube ich trainer also wir waren ja nicht richtig hier die waren ja auch nicht richtig face alles klar habe ich doch noch nie ins gesicht jawohl ich wollte das war was neu ich wollte es eigentlich nicht eigentlich wollte ich nicht ich hasse eigentlich gelb kontern und was macht er da achso den hahnlust abel totstellen ja ich habe es auch gewundert was ist denn jetzt los so köln bis jetzt mal aber warum schießt du jetzt auf sommer heute auch schön ja kommt doch so umgedreht ist habe ich war irgendwas in die richtung meine arme sind schon wieder knallrot oder meine musste ja hier im spiel jetzt nicht unten in der anzeige sondern von schweiz ja der prozessende effekt ich hab zwei sekunden vorgelegt mindestens das haben sie diesmal echt doof gemacht dass das so lange dauert also da beschweren sich immer die meisten leuten ja du wartest doch ab ach ich taunt ja auch ab und zu also von daher nee mir geht es ja nicht ums taunten, mir geht es um Beliefs wo 2k einfach verzögert die ganze Zeit ach so oh shit yes danke 2k ach die reichweite wie ein blindfisch ey das ist manchmal echt geil da denkst du du stehst ganz nah dran und dann bist du doch so weit weg ja ja always always ey jetzt roll dich wieder weg ich ich roll mich wieder weg ich will Alter aber was ist das doch hört sich so oder so verfehlen hört sich so oder so verfehlen hätte ich gar nicht ja ja das war viel zu kurz wie du dich eigentlich ja 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 ich hab zu früh negiert immer nie du hast nie grad das nie internet komm empire ja ja das Alter, warum kontert er denn nix mehr? Sag mal. Ii, Alter, ich hab eine unschöne Sicht. Boah. 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 Naja, kennen wir ja. No. Ich glaube, das war nicht so clever. Ja. Aber das oder was? Der sua Haken. Aua. Das tut weh. Ja. attacke er hat mein aufstehen genommen ja was ist das denn ach komm er hat meinen mein totstellen genommen ich hab's nicht mehr ich hatte es gerade voll finde ich lustig ok du bist echt geil du scheißspiel die Idee ist ja aufs Neue das ist wie FIFA jedes Jahr eigentlich das gleiche Spiel mit dem gleichen Problem das hat sich trotzdem jedes Jahr jeder neu ja da wo du es gerade FIFA sagst ne dann kickst du mich erst mal 5km weiter weg oh Gott das ist auch nicht dass wir machen gerade unser match aber ja hallo welcome back so Mann du sollst ich stelle mich extra da hin in die Richtung und er macht es einfach nicht ach komm jetzt reicht es mir danke ich wollte gerade move machen oh nein oh nein nein what ah ich hab nicht auch Fini gemacht ha 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 oh Gott ach komm ey oh den Brokepett hätte ich so gefressen den hättest du echt gefressen ey scheiße Wo war ich denn jetzt mit meinen Gedanken, Alter? Oh. Also. Nein. Äh? Sieht immer wieder, das ist ein bisschen was. Alles klar, Alter, die Disco, die ist echt crazy. Die Idee ist ziemlich geil. Die ist so, so abgehakt. Mal auf sein, danke. Oh, ne. Ey, jetzt, fick ich doch, spiel. Oh, okay. Ey, das ist doch, das ist doch ein Scherz. Ich will hier Frontkick raushauen und dann geht so ne Kacke. Dieses Spiel. Ach, Mann. Aua. Komm her. Oh. Jetzt wird es aber ein bisschen, Alter. Swing neckbreaker. Nein. Direkt in den Drift Away rein. Komm schon. Nein. Ah, scheiße. GG. Oh. Ich habe voll gepennt in dem Match. Ich habe richtig gepennt in dem Match. Scheiße. Boah. Ich bin ein so. Ich bin ein so. Ich bin ein so. Ich bin ein so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017